Oh, fuck. Wo bin ich jetzt? Äh! Oh, nee. Wie man auch einfach direkt tot ist. Oh, das ist ja blöd. Ja, egal. Mach ich's halt nochmal. Ja. Hm? Ja, dann laufe ich erst gleich dahin. Dann gehe ich erst ähm, hier. Das ist ja blöd. Das ist ja direkt tot, ey. Na gut, macht auch Sinn tatsächlich. Aber, hä? Nee, ich muss hier hin. Doch. Ja. So, sollte ich gleich nochmal abstürzen? Dann schneide ich. Äh, hä? Hä? Alohomora? Wie kommt der denn jetzt da rauf? Naja, warst wohl auch ein bisschen verwirrt, Terry, wa? So genau, Stern. Hat sich verlaufen. Ähm... Ja. So, und diesmal jetzt bitte nicht abstürzen, Harry. Ach, Maggie, nicht jetzt. Die will immer auf meinen Schoß. Oh, nee. Das stört aber tatsächlich. Wenn ich dann hier spiele, dann... Dann ist meine Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt. So, genau. Genau, jetzt hier. Da, genau. Genau. Da ist Quirrell. Aber dann habe ich, glaube ich, wirklich einen Stern übersehen. Hm. Das ist ja jetzt doof. Habe ich, glaube ich, echt... Ich kann auch nicht zurück. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen übersehen habe. Aber ich glaube schon, weil in dem Raum davor war nämlich noch ein anderer Raum mit so einem Gitter. Und da kam ich ja nicht hin. Mensch, das ist ja jetzt blöd. Oh, Mann. Also, mal gucken. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, ich habe einen übersehen. Hä? Wo fährt denn der hin? Man erkennt es sehr schlecht. Ah, einmal rum. Okay. Kann man denn... Ah, okay. Nee, das war... Aber das dauert auch so lange. Hallo. Man erkennt das wirklich sehr schlecht. Finde ich. Hm. Ja. Ah! Oh, ich dachte schon. Doch, alle? Ah, gut. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du zum Zaubertrankunterricht kommst. Ah doch, klar gibt es da Punkte für. Klar. Ah, doch alle. Ja gut, dann... Ich habe wirklich gedacht, ich hätte was vergessen. Man kommt immer woanders wieder raus. Ohra! Oh, was ist hier? Oh je. Ja, du sollst eigentlich schon darunter. Hier. Oh. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Hey, ich habe dich doch betroffen, du Blö... Ach, der klaut die. Die klauen die Bohnen. Das habe ich jetzt das erste Mal bemerkt. Na gut, haben wir noch ein paar Bohnen eingesammelt, die ich eh nicht brauche. Weil Fred und George brauchen ja immer nur 25. Naja, kann mir auch egal sein. So. Hier geht es weiter, oder was? Aha. Jetzt geht es da weiter. Flippendo, 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 Flippendo. Ach, das mit der einen Bohne, ey. Ist so lächerlich. Was wollen die denn? Oh. Was? Zaubertrankzutaten? Sehr bedrohlich. Mhm. Hm. Ich bin Professor Snape. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine berühmtheit wie dich. Fünf Strafpunkte für Gryffindor. Ey. Potter, geh in die Karka und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaum, Rinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschlein. Beeile dich, sonst gebe ich Gryffindors Strafpunde. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Na, super. Oh, warum denn ich? Ich will das aber nicht. Kann ich jemand anderes gehen? Ich habe dir doch deutlich gesagt. Du sollst... Mach ich aber nicht. Oh, schütt mir leid. Mann. Das muss Diptam sein. Ja, kennst dich ja super aus. Oh. Jetzt. Bin ich? Snape mich wohl ausgetrickst hat? Ja, klar. Natürlich hat er dich ausgetrickst. Was denkst du denn? So. Und jetzt kommt bitte nicht auf die Idee zu sagen, nee, Snape war das nicht. Das weiß ich selber. Ich kenne die Teile in- und auswendig. Ich kenne die Teile in- und auswendig. Ich brauche... Hä? Komme ich da denn hoch? Nee. Hm. Oh, das ist ja schon hier ein bisschen... Wie kriege ich das auf? Möchte ich was übersehen? Hä? Hm. Ich habe echt was übersehen. Ah, ach so. Ja, ich weiß schon. Nee, ich habe falsch gedacht. Hier, so muss man... Okay, jetzt dehnen. Weiter. So ist das. Okay. Da, das ist... Nach dem zu urteilen, was Hermine gesagt hat, müsste das eigentlich Blumenlauch sein. Hm. Huch! Oh nee, warum bin ich denn runtergefallen? Ich stand doch da drauf. Ey! Nein, 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 nein. Genau. Genau so. Hm. Hm, hier. Okay. Okay, los geht's. Äh. Eine Karte. Ich bin mal gespannt, ob ich am Ende alle haben werde. Oh Gott. Meine Güte sind in hier. Oh Gott. Ein Stern? Ach, muss ich hier auch Sterne sammeln? Echt? Aha. Ach, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ora. Nein! Scheiße! Oh Mann! Oh, habe ich Glück gehabt. Boah, habe ich Glück gehabt, ey. Ach du Scheiße. Oh Leute, stellt euch mal vor. Oh nee. Aber warum muss ich denn jetzt Sterne sammeln? Das ist doch gar nicht meine Aufgabe jetzt eigentlich. Boah, vor allem so kurz vorm Speicherbuch abkacken, ey. Das ist doch auch richtig. Ey. Harry. Die fallen bestimmt runter. Ja. Hier, ich kenne die Tricks alle. Boah, was ist denn das für ein Kerker auch schon wieder? Mit tausend Abgründen, weißt du? Mann, Mann, Mann. Aber das mit den Sternen verstehe ich nicht. Oh Mann. Da ist schon wieder einer. Aber Snape, der wird mir doch niemals Hauspunkte geben. Ja, ist doch egal. Oh nein, es ist der blutige Baron. Oh, was machen die hier? Ihr nervt. Du, klau nicht mal. Der klaut die Bohnen. Er ist eh egal. Boah, seid ihr nervig. Ah, da ist so eine... Ach, die sind alle aufgegangen. Boah, haltet doch die Fresse. Ja, dann nehme ich mal den Schokofrosch da. Ach, darf ich hier wieder die Drecksarbeit machen? Ja. Kennst dich toll aus, Harry. Ich bin stolz auf dich. Hier, guck mal. Da. Ach, muss ich das immer... Ach, wie blöd. Ah, ja, okay. Hier muss man ein bisschen... Äh, ne? So, jetzt den hier und dann... So, der muss bleiben. Das heißt, der... Boah, was für ein krasses Rätsel. Oh, war das schwer. Ach so, ich dachte schon, wer vorbei. Was ist denn das jetzt? Ja, klar. Oh, nee. Oh. Ja, ich warte mal, bis das Ding weg ist. Genau, damit ich mehr Zeit habe. Das darf auch nicht fehlen. Aha. Ah, da ist ein... Da ist ein Stern. Ich speichere mal. Boah, Sterne sammeln UN-Zaubertrank-Zutaten. Na. Ach, sieh mal einer an. So weht der Wind hier. Ja, aber sorry. Wie hat denn der die bitte versteckt? So richtig scheiße. Und jetzt sehe ich nicht, wo... Das ist. Oh Gott, ich sehe das nicht. Ja, okay. Alles gut. Alles gut. So, noch ein Speicherbuch. Das finde ich gut. Und... Hier ist nichts, da auch nicht. Okay. Aber da. Wo ist jetzt hier was aufgegangen? Ah, da. Ähm... Boah, wie komme ich denn da jetzt hin? Boah, wie gemein. Ah, irgendwie da oben. Keine Ahnung. Hä? Hier geht's aber auch nicht weiter, oder? Nee. Hm... Ja, da muss es doch hier irgendwo... Hm? Was? Nee. Ja, da muss es doch hier weitergehen. Rüberspringen vielleicht? Jetzt traue ich mich... Moment. Was ist hier? Ah, hier kann man rum. Okay. Puh, ich glaube, mir fehlt noch eine Zutat. Ne? Okay. Dann habe ich es hoffentlich gleich. Äh, ey. Was soll denn das? Ach, wie gemein. Ah, Moment. Dann mache ich das mal so. Ich warte mal, bis der wiederkommt. Dann kann ich nämlich durch die Tür gehen. Der geht hier... Ja, der geht hier immer rum. Ja, ey. Boah, der zieht mir aber ganz schön leben. Du spinnst wohl ein bisschen, wa? Was fällt denn dir ein? Nein, ich bin gefangen. Hilfe. Nein. Ah. Stell dir mal vor, der kommt jetzt nicht. Ein Schokofrösch... Frösch. Schokofrosch könnte ich auch gebrauchen, übrigens. So, und wie komme ich da jetzt? Aha. Das habe ich nicht... Hm. Der Sound packt wieder ein bisschen rum, aber... Davon lasse ich mich nicht stören, ne? So. Das ist auch wieder ein... Oh Gott, ich erkenne das nicht. Hm. Um Gottes Willen. Ich finde, man erkennt das sehr schlecht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... Ist schon nicht so leicht. Ach. Da war doch ne... Ach, keine Ahnung. Ach, jetzt bin ich auf einmal hier. Ich warte mal wieder, bis der... Aha. Da ist er auch schon. Ein Geheimgang mit einer Karte. Schön. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Snape mir Hauspunkte gibt. Wenn ich alle Sterne gefunden habe. Ist dem doch egal. Wisst ihr? Ich glaube, das interessiert denen gar nicht. Ach, jetzt muss ich wieder warten. Ja. Komm mal. Das war ja Pfeifen wie so ein Hund. So, ich glaube, hier muss ich runter, ne? Ach, und dann da. Ey, nee, nicht da hoch. Harry, du sollst... Mach doch mal. Das, was ich dir sage. So. Mach das, wo ich sage. So. Hm. Genau, das war ja auch hier. So, hab ich jetzt alle Sterne? Wow. 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 Wie ich sehe, hast du ein paar Sterne gesammelt. Doch leider haben sie in meinem Klassenraum keinen Wert. Ich habe die Stunde ohne dich abgeschlossen, Potter. Die anderen Schüler sind schon auf dem Weg zur Halloweenfeier. Lauf ihnen nach, wenn du meinst, du musst. Ja, und wie lerne ich jetzt... Wie mache ich jetzt den Trank, du... Du Trottel? Was stand da? Harry. Ein großer Troll treibt hier sein Unwesen. Er hat Hermine in die Mädchentoilette gedrängt. Oh nein. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort versuchen, sie zu retten. Aber nur versuchen, nicht machen. So. Oh Mann. Hier, wo kommt das schon wieder her? Hier, wo kommt das schon wieder her? Oh Mann. Hier, wo kommt das schon wieder her? Vielen Dank.